So, eine weitere neue, beschwingte Folge von Filmtipps mit Gaby und Olli. Und auch mit Olli und Gaby, je nachdem. Total verrückt. Total verrückt. Wir sind so verrückt, wir machen einfach weiter. Trotz Lockdown, wir machen einfach weiter. Gerade wegen, weil wir haben das ja aufgrund des Lockdowns ins Leben, wir können ja da jetzt nicht aufhören. Die Leute müssen ja Filme gucken. Eben. Und die Fernsehsender müssen ja wissen, was sie demnächst senden sollen. Ganz genau, denn die Fernsehsender orientiert sich, wie wir wieder bemerkt haben, ganz oft an unseren Filmtipps. Es kam jetzt zu Weihnachten, noch bevor die Sendung überhaupt ausgestrahlt worden kamen Dessau-Dancers, es kamen The Happening. Es kamen schöne Bescherungen. Ja gut, die Weihnachtsfilme kamen eigentlich alle. Wir müssen jetzt mit dem Filmquiz anfangen, weil du möchtest diese einzelne Brezel, die jetzt hier liegt, hast du gesagt, als Preis für das Filmquiz. Die Biene war sehr spektabel. Die Biene hat einfach mal jetzt heute eine Brezel hingelegt. Nieder mit der Harmonie, wir kämpfen jetzt um diese Brezel. Ja, alles gut. Oha gut. Oha gut für mich? Was haben die Filme? Einer flog über das Kuckucksnest. Die Addams Family in verrückter Tradition. Und Star Trek 3. Gemeinsam. Christopher Lloyd. Richtig. Toll. Toll, toll, toll. Richtig. Mach das richtig. Christopher Lloyd bei Star Trek so ein hässlicher Klingone. Klingone. Ja. Wodurch wird Peter Parker in dem Film aus 2002 zu Spider-Man? Durch den Biss einer Spinne. Einer genetisch veränderten Spinne. Boah. Da sogar die Formulierung stimmt. Echt? Ja. Unglaublich. Gut. Wer spielte Catwoman im gleichnamigen Film aus dem Jahr 2004? Zu Recht vergessen Hal Berry. Also nicht Hal Berry zu Recht vergessen, aber der Film. Richtig. Ja. Sehr gut. Mist, das war meine Runde, wa? Das sind drei richtige Antworten. Das war aber auch ehrlich gesagt, die Spider-Man-Frage ist natürlich, da kannst du auch, jeden anderen Spider-Man, das ist immer der Biss einer Spinne. Ja, aber du hast sogar die richtige Formulierung einer genetisch veränderten Spinne. Du musst die Frage jetzt überspringen, weil ich leider gerade die Lösung gesehen habe, weil ich eins zu weit geblättert habe. Also, wer spielt den Odin im Film Thor von 2011? Den Odin. Den Odin. Anthony Hopkins. Sehr gut. Richtig. Jetzt kommt, ah, Achtung, Fragen aus der Welt des Films. Ich habe immer so lustige Zwischenüberschriften, wo ich denke, was haben wir denn gerade gehabt? Was ist denn jetzt gewesen? Nämlich Frage Nummer 73, weil wir in der letzten Folge darüber überlegt haben, bei welcher Frage wir waren. Welcher? Jetzt geht eine Tür auf, ich halte innen. Ich höre Schritte. Es ist schon wieder irgendwas. Benni, was ist denn? Du warst doch letzte Woche schon da. Weißt du was, da ist doch so in der... Na, Mensch, aber gut, dass du es mir gesagt hast. Danke Benni, dann hätte ich mich jetzt gar nicht noch gefreut, den Level nochmal zu spielen. Wegen der Goldenen Wand ist das ja dann eh... Was heißt das? Bei Gollum haben wir... Die Frage. Welcher dieser fünf nominierten Filme erhielt 2000 den Oscar für den besten Film? A. American Beauty. B. Gottes Werk und Teufels Beitrag. C. Insider. D. The Sixth Sense. E. The Green Mile. F. Und... Nein. Äh, was war das erste? American Beauty. Ja, der. Hätte ich auch gesagt. Ja. Äh, warte, ist es auch. Ja, American Beauty. War das jetzt schon... Kevin Spacey. Nein, ich kriege noch eine Frage. In welchem Jahr... Oh. In welchem Jahr erfand Alexander Hartigen, Guy Pearce, seine Zeitmaschine im Film The Time Machine? Sie meinen jetzt natürlich das Remake. Nicht das, was von dir schon vorgestellt wurde in einer früheren Folge. A. 1799, B. 1899, C. 1999, D. 2030. Das ist insofern, glaube ich, relativ einfach, weil es nämlich der Jahreswechsel dann ist. 1899. Naja, der Jahreswechsel ist es bei allen. Ja. 1799, 1899. Aber es ist 1899. Es spielt ja im 19. Jahrhundert. Ich bin mir ziemlich sicher. 1899, richtig. Ja. Es ist immer noch gleich schnell. Was machen wir jetzt mit der Brezel? Wir müssen, glaube ich, Schlamm catchen. Nein, wir können ja die auch teilen. Genau. Wir schmeißen sie so lange auf den Boden, bis die auseinanderfällt, weil wir dürfen sie jetzt nicht anfassen und teilen. Wir können sie so mit der Schale auf den Boden werfen. Nein, das wird wirklich solid. Ich nehme die kleine. Nein, nein. Du nimmst die kleine. Wo? Das hast du großartig gemacht. Genau. Man muss ihnen nur zu helfen wissen. Wir alten Handwerker. So, heute unser heutiges Thema. Was machen wir jetzt? Das passt übrigens super. Wir hatten nämlich jetzt zwei ziemlich ungleiche Hälften. Ja. Und das Thema ist ja heute. Ungleiche Paare. Was auch immer das meint. Ist auch ein Thema, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe jetzt schon Menschenpaare genommen. Naja, wenn einer mit dem Koffer um die Welt zieht und der Koffer viel macht. Man kann das auch so. Aber wir dachten an solche. Ich habe auch überlegt beim Raussuchen. Ungleiche Paare meine ich jetzt Liebespaare. Nee, also. Können auch Liebespaare sein. Aber natürlich sind selten genau zwei ganz gleiche Menschen ein Paar. Das meine ich. Jetzt haben wir es so schön geteilt. Jetzt bringst du was Neues. Jetzt haben wir einfach diesen Neukunflikt. Gieß quasi Öl ins Feuer. Mein erster Film ist ein australischer Film. Ich habe auch was anderes. Also. Ich habe auch was anderes. Aus dem anderen Land. Ich habe auch was anderes. Hast du etwas aus den anderen Ländern der Erde genommen? Kann ich ja kaum glauben. Drehen die auch Filme? Ja. Also ich habe nur aus Australien. Ich habe jetzt gehört, dass der chinesische Filmmarkt jetzt den amerikanischen überholt hat. Mhm. Also den im Auto oder was? Nein, die machen noch mehr Filme als die Amerikaner. Komisch. Kennt man gar nicht alle, ne? Nee, kennt man nicht. Es ist ja nicht umsonst, dass sehr viele koreanische, japanische, chinesische, also irgendwie asiatische Filme auch oft geremaked werden. Ja. Schönen Gruß an Philipp. Für... Ja, schaffe ich den. Ja. So, jetzt aber. Mein erster Film aus dem Jahr 2009 heißt Mary und Max. Ah. Und das ungleiche Paar besteht aus Mary und Max, einem anfangs kleinen Mädchen, vielleicht fünf, sechs, sieben. Ja, sie schreibt einen Brief, also sie wird vielleicht schon schreiben können. Und Max, einen über 40-jährigen, übergewichtigen Menschen. Mary ist so... Sag mal, ist das ein... Nein, 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 lass mich was. Bitte, bitte, bitte. Mach doch. Bitte gut, dass der Walter ist mir auch noch. Ähm, Mary ist halt ein kleines Mädchen, die leider in der Schule keine Freunde hat, die in Australien wohnt. Und, ähm, deswegen irgendwann mal, sie wird oft gedisst, das wird sich für sie lustig gemacht, weil sie auch einen Leberfleck hat, der aussieht wie ein Kackafleck. Da wird sie manchmal Kackagesicht genannt. Das ist voll gemein. Ja. Und, ähm, sie sucht einfach blind aus dem Telefonbuch eine Adresse raus und schreibt diesen Menschen. Und schreibt dann zufällig nach Amerika, nach New York. Nach New York, nämlich Max. Max ist ein sehr spezieller Mensch, der, wie er dann später sich herausfällt, am Asperger-Syndrom leidet. Und deswegen mit der Welt nicht so richtig klarkommt. Er sitzt zu Hause, Menschen machen ihm Angst, er versteht Menschen nicht, er kann Gesicht, äh... Es ist, es ist das, was, äh, was du mal gespielt hast bei Tanzstunde, ne? Das war da auch Asperger, oder? Ja. Der ist erst komplett überfordert, kriegt Paranoia und Angst vor diesem Brief, bevor sich dann hinsetzt und dann einfach die Schrecken und dann seitenweise zurückschreibt, indem er sagt, danke und das und das ist mein Leben und ich schreibe... und sie schreiben sich dann immer hin und her, entwickelt sich eine Brieffreundschaft und sie schreiben sich halt immer auch so völlig zusammenhandlos manchmal. Ach übrigens, hier ist das so und so und wie, wo kommen die Kinder bei euch her und blablabla und sowas. Das ist sehr schön. Und das Ganze ist, und dadurch wird es nämlich richtig rührend erst, nämlich im Stop-Motion-Verfahren gedreht. Darauf zählte meine Frage ab. Genau, das ist nämlich kein Realfilm, sondern es sind sozusagen Knetfiguren. Da habe ich diesen, da möchte ich einen Satz zitieren, den ich von diesem gut recherchierten Zettel habe. Ist übrigens auch derselbe Zettel wie vor drei Wochen. Ich habe für jede Folge einen eigenen Zettel, der Olli hat nur einen für drei Folgen. Ich versuche jetzt einen Satz vorzulesen. Die tragik-komische Geschichte ist zugleich herzzerreißend traurig und herzerwärmend rührend und man kann sich nur wundern, wie sehr man mit ihnen fühlt, also mit den Figuren, leidet und lacht, obwohl sie doch nur Klumpen aus Knete sind. Und das ist wirklich, ich glaube, wäre dieser Film mit echten Menschen gedreht worden, wäre er einfach wahnsinnig deprimierend gewesen, irgendwie. Weil das sehr traurige Figuren sind, die ein trauriges Leben haben, die dann Abgründer abrutschen und sowas. Aber durch diese Stop-Motion-Technik hat das zugleich einen Humor und was ganz liebevoll gemachtes und es ist wirklich ein hübscher Film. Das ist auch noch ästhetisch ganz witzig, weil Australien ist alles irgendwie immer braun. Es treffen Sepia und Schwarz-Weiß aufeinander. Also es ist wirklich ein sehr farbloser Film. Dann gibt es bloß noch einmal so kleine rote Tüpfelchen, ein bisschen schön das Liste-mäßig, wo du sagst, und das ist dann ein kleiner Lichtblick. Dann schickt sie ihm mal eine rote Bommel und die steckt er sich dann an die Mütze. Und das ist dann so etwas, was ein bisschen Farbe in sein Leben bringt. Und ich liebe ja diese Ästhetik einfach, weil du, wenn das anfängt und du siehst die Häuser und sowas, dann siehst du halt, es ist ein Modell, es ist was Greifbares und es ist, halt du nimmst auch wahr, dass es kleiner ist, als es wirklich, als es natürlich groß wäre. Und dadurch steckt da, nimmst du eine Liebe und eine Detailversessenheit wahr, die man einfach, die spürbar, sehbar ist und deswegen anders ist, als wenn genau derselbe Stil computeranimiert gewesen wäre. Und was auch sehr witzig ist, ist, dass du sozusagen die Welt aus der Sicht dieser Figuren wahrnimmst und manchmal schlimme Dinge oder seltsame Dinge aus ihrer Sicht aber nochmal anders beschrieben oder wahrgenommen werden. Das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz putzig. Schön. Deswegen ein irgendwie ungleiches Paar, auch wenn die sich lebend im Leben nie begegnet sind. Quasi. Also die bleiben halt beim Rheinischen Vielfreundschaft. Mein erster Filmtipp ist aus dem Jahr 2008. 2008, der Film, nach dem Roman von Bernhard Schlink aus dem Jahr 1995 mit David Cross, mit Ralph Fiennes und Kate Winslet, der Vorleser. Eine US-amerikanisch-deutsche Co-Produktion unter der Regie von Stephen Daldry, den wir kennen von Billy Elliot. Ah, was hat denn der noch so gemacht, der Vorleser zum Beispiel? Ja, ich habe nämlich auch mal gehört in der Filmografie, weil ich wusste, Daldry, ja klar kenne ich den Namen, aber ich wusste gerade nicht mehr, woher, und dann habe ich geguckt und so und Elliot ist eben, weil wir den schon mal hatten hier. Der sehr spannende und aufwühlende Film, der auch von seinen großartigen Schauspielern lebt. Ich finde das wirklich toll, wie die das machen. Vor allem... Gabi ist ja auch ein David Cross-Fan. Ich bin auch ein David Cross-Fan, der macht das auch ganz toll. Und ich bin aber auch ein Ralph Fiennes und Kate Winslet-Fan. Also von daher ist das eine super Kombi für mich. Weil die spielen echt toll. Also wahrscheinlich der Hit wäre mal so ein Buddy-Movie mit Jack Gyllenhaal und David Cross. Das wäre auf jeden Fall interessant. Das wäre schon mal interessant. Der Film spielt in drei Zeitebenen. Die Rahmenhandlung mit Ralph Fiennes als ältere Version von David Cross spielt 1995. Dann gibt es eine Rückblende auf 1958 und eine auf 1966. Von der Handlung will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil man dann auch Dinge verrät, wo es einfach schade wäre, wenn man sie vorher schon weiß. Aber nur ganz kurz. 1958 in Deutschland verliebt sich der damals 15-jährige Schüler Michael in die geheimnisvolle, oft recht abweisende und harte, 20 Jahre ältere Hanna. Und die ist eben gespielt von Kate Winslet. Ja, was sagst du? Es klingt so, als würde nach Hanna noch was kommen. Ja, da kommt auch noch was. Volljährige Hanna. Ich kann es nur nicht lesen, was da noch kommt. Ich habe mir gedacht, der Satz kann auch hier enden. Ich glaube, sie heißt Hanna Schmitz. Ja, Hanna Schmitz. Ja, später, nachdem sie plötzlich aus seinem Leben verschwunden war, 1966, sieht er sie wieder und er macht eine erschreckende Entdeckung. Ich habe das jetzt extra so formuliert, dass es so ein Cliffhanger mit ist. Ja, ja, total. Du musst jetzt den Film gucken. Jetzt bist du ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Ich kann die Folge jetzt nicht zu Ende machen, musst du den Film gucken, obwohl ich habe den schon gesehen. Äh, du hast den schon gesehen? Ja, aber einmal nur. Und viele, also ich weiß, was ungefähr der Cliffhanger ist, aber ähm... Ich finde, man kann in dem Film auch sehr vieles kritisieren. Er wurde auch stark kritisiert, auch das Buch wurde schon stark kritisiert. Ähm, es geht nämlich auch um Fragen der Schuld und sowas. Und es gibt Leute, die werfen dem Film so ein bisschen vor, dass die Schuldfrage so ein bisschen verschoben wird, aufgrund anderer Aspekte, die ich jetzt nicht verraten werde. Äh, aber ich finde den auch deswegen interessant, weil man kann ja sich auch was angucken und dann darüber nachdenken, ob man es gut oder schlecht findet, ja. Und er ist einfach toll gespielt. Das gefällt mir eben sehr gut. Kate Winsl ist auch, wenn ich mich recht entsinne, dafür für einen Oscar nominiert worden. Ähm, ich finde auch, dass der David Cross in dem Film total mutig ist. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt jünger... Die haben doch Nacktszenen und sowas, ne? Die haben auch Nacktszenen, aber überhaupt mit Leuten wie Kate Winsl zu spielen. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wenn du die kennst und du bist selber jetzt... Der war ja noch nicht sonderlich alt, als er das gedreht hat. Das ist schon aufregend. Vielleicht ist es sogar gut, wenn du noch nicht so alt bist und ein bisschen unbescholten. Vielleicht. Und du sagst, ah, das ist doch diese alte Frau aus Titanic. Das ist schon... Das ist aber toll, faszinierend. Ich denke da immer, über sowas denke ich auch mal, das wird es ja auch innerhalb der Hollywood-Riga. Da gibt es natürlich auch Leute, wo du sagst, obwohl die alle im Geschäft sind, oh Gott, jetzt stehe ich hier mit Meryl Streep oder so was. Oder Robert De Niro. Ja, aber Jack Nicholson, wie heißt die Schauspielerin von Tribute von Panem? Ja. Da gibt es noch diese wunderschöne... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence wird interviewt und im Hintergrund ist Jack Nicholson und sie flippt vollkommen. Oh mein Gott, da ist Jack Nicholson. Weil eben, weil... Ich meine, der war halt schon ein Star, da hat sie noch nicht mal im Traum daran gedacht, irgendwie Filme zu machen. Ich hoffe immer, dass es ja durchaus vielleicht Connecte gibt, bevor man diese Szene dreht. Ja. Und dass man dann vielleicht irgendwann einfach sagt, hey, Kollegen, wenn die sich nicht wie Arschlöcher benehmen. Also eine Kate Winslet wird ja hoffentlich... Die Kärle wird anscheinend sehr gut gelaufen sein und selbst für Kate Winslet ist es eben wahrscheinlich auch nicht so, dass sie das jetzt sofort so aus dem Ärmel schüttelt, sondern das ist auch für sie aufregend. Sie muss sich ja auch dann quasi mit einem jüngeren Typen, der vielleicht ins Bett legen, der vielleicht auch denkt, ich hätte jetzt lieber eine 20-Jährige. Wirklich, 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 wirklich. Die Komplexe können in beide Richtungen gehen. Ist wahr. Ja. Ich wollte noch kurz erwähnen, Kate Winslet war die erste Wahl für die Rolle. Sie drehte aber Zeiten des Aufruhrs. Dann gab es Ideen, Kate Winslet zu nehmen, Nicole Kidman. Naomi Watts, Marion Cotillard. Die wollten alle nicht. Und weil das alles so lange gedauert hat, ist man wieder auf Kate Winslet gekommen. Was ich in der Superwahl finde. Die spielt, ist echt toll. Manchmal muss man Umwege gehen, um wieder am Ziel anzuschauen. Ja, ganz genau. So ist es. Man muss manchmal wieder zurückgehen. Ja, das war mein erster Tipp. So. Dann hab ich verblättert. Ist es dir übrigens auch so gegangen, ich weiß nicht, was du jetzt noch hast, dass man bei diesem Thema zwangsweise irgendwie immer in diesen Altersdifferenzen... Bei deinem Kind ist es relativ viel, das wollte ich nämlich gerade noch erwähnen, warum hab ich den bei ungleiche Paare? Klar, wegen des Altersunterschieds. Weil sie ein relativ ungleiches Paar sind, ja. Ja. Wie hast denn du da jetzt ein Stück abgemacht? Ich mach das mit der Seriette, es ist total albern, weil ich berühre ja auch dieselbe Türklinke wie du. Gut, die esse ich danach nicht, aber... Diese Filme haben einen Hang dazu, herzerwärmend zu sein. Also vielleicht ist der Vorderse noch nicht unbedingt, aber... Auch auf eine gewisse Art und Weise. Wie auch in dem folgenden Film aus dem Jahr 2014... Ja? Nein? Nein, überhaupt nicht. Sehr gut. Mit einem von mir hochgeschätzten Bill Murray... Mal wieder? Ja, und zwar diesmal nicht albern, sondern großartig St. Vincent. Ah, hab ich noch nicht gesehen. Hab ich? Hab ich noch nicht gesehen. Ein ganz wunderbarer, schöner Film. Hab ich lange, lange im Regal stehen gehabt, in meinem muss ich mal noch gucken, Regal, hab ich geguckt und ist wirklich schön. Ich hatte ein bisschen Bange, weil ich mag Bill Murray sehr. Aber manchmal sind diese... Vermisse ich so ein bisschen, auch ein bisschen sprühender Humor in diesen neueren Charakter, wo wir letztens auch schon... Sehr sprühender oft. Es ist oft, wenn... Also Lost in Translation muss man schon auch durchhalten. Das ist toll gemacht und es gibt auch witzige Momente, aber es ist auch so ein bisschen so... Ach Mensch, ich bin schon ein bisschen beschwingt und... Oder auch Broken Flowers oder sowas. Ja. Und hier ist der... Ist da von allem was dabei. Der ist... Hat eine ganz großartige Figur entwickelt, nämlich einen ganz mörrischen alten Rentner, der raucht, säuft und irgendwie schlecht gelaunt ist und so durch die Gegend schlupst. Und du hast das Gefühl, er macht trotzdem keinen Aufwand. Der spielt... Du sitzt irgendwann da und denkst, Bill Murray, der macht immer einfach. Der ist irgendwie einfach so da. Und wenn er keine Haltung haben will, dann passt das. Vielleicht kann er auch keine andere Haltung haben, wie er so rumläuft. Aber irgendwie... Er hat aber auch in dem Wiking oft gesagt, wenn ich das Zitat finde, alles ist besser, wenn man entspannt ist. Also irgendwann hat mein Mann zu ihm gesagt, mach dir keinen Stress, sei einfach entspannt und dann gelingt dir alles besser. Und du hast das Gefühl, das macht er auch als Schauspieler. Und ich hab dann überlegt, ob ich das vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder arbeiten sollte... Falls wir wieder arbeiten, werden wir dann auch in einem ähnlichen Alter wie du meinst. Das könnte ein guter Tipp sein. Und ja, das ist also, wie gesagt, Vincent ist so ein grummeliger, alter Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du lernst ihn erstmal kennen, wie er sich ab und zu mit einer Prostituierten trifft, die von Naomi Watts gespielt wird und schwanger ist. Und die haben aber eine ganz gute Beziehung. Also er hilft ihr auch so ein bisschen. Und er hat überall Geldsorgen. Dann kommt man dazu. Er wettet beim Pferderennen und verliert. Da ist ihm dann noch ein Gangster auf dem Fersen, der sein Geld wiederhaben möchte. Und im Nachbarhaus zieht eine Mutter, eine leider ziehende Mutter mit einem Jungen ein, einem Zwölfjährigen oder sowas, etwa in dem Alter. Der gespielt wird von Jaden Lieberer, der auch den Bill Demers gespielt hat jetzt. In der Neuverfilmung von den Jungen, den Bill, den Stotter Bill. Und der das auch ganz toll macht. Und es ist ja in solchen Filmen, also die lernen sich dann kennen und durch, weil die Mutter arbeiten muss. Die Mutter wird übrigens von Melissa McCarthy gespielt. Und was dir vielleicht gefallen würde, sehr reduziert und runtergefahren. Kein einziger Pullerwitz oder so. Kein Pups-Pullerwitz. Sie macht auch keine Witze. Ich glaube, sie kann das. Sie macht auch keine komischen Gesichter. Und weil die Frau viel arbeiten muss, kommt es dazu, dass der Junge mal bei den Nachbarn sozusagen seinen Nachmittag verbringt und dann quasi offiziell sogar als Babysitter so ein bisschen engagiert wird. Und er nimmt ihn dann aber überall mit hin, was er so tagsüber macht. Einschließlich der Bar, wo diese Prostituierte tanzt. Und Pferderennen. Und Pferderennen und alles sowas. Und die lernen sich halt kennen. Es ist wirklich jetzt nicht so eine, Gott, du gehst mir auf den Sack, Freundschaft vonseiten des älteren Mannes. Und der junge Mann findet ihn einfach interessant. Der findet ihn ganz okay. Kinder gehen ja an solche Leute auch irgendwie erstmal naiv ran. Und ja, das ist halt so ein grummliger alter Sack, aber mal gucken, wie er ist. Und sie stellen Fragen, sie kriegen Antworten. Ich glaube, solche Leute finden es dann auch schön, dass die gefragt werden. Und man kriegt aber so langsam mit, dass da noch irgendwas dahinter ist. Man könnte sagen, es ist einer von diesen Menschen, die sich wahnsinnig Mühe geben, nicht gemocht zu werden, obwohl sie eigentlich sehr viel Gutes tun. Und da kommt dann dieser Titel, nämlich St. Vincent her. Bei der Junge in der Schule, nämlich im Religionsunterricht oder sowas, sollen sie moderne Heilige suchen. Die sie so, also was macht ein Heiligen aus, dass er selbstlos für andere Sachen tut und sowas. Und so Mutter-Theresa-mäßig. Und dann sollen sie einen Vortrag halten. Und nachdem wir den Mann dann kennenlernen und alle hin und her und auch mal sie stoßen sich auch mal wieder ab, steht er zum Schluss da und hält eine sehr schöne Rede, warum Vincent, sein Nachbar, für ihn ein moderner Heiliger ist. Und Bill Murray steht unten und hat eigentlich mit dem Jungen schon abgeschlossen gehabt. Durch verschiedene. Und es ist einfach total, ich saß da und habe ein kleines Tränchen verdrückt, was einfach zwar einerseits kitschig ist, aber auch durch diese Grummeligkeit und wie Bill Murray damit umgeht. Und auch der Junge. Der Junge ist auch sehr sachlich da bei der Sache. Der sagt doch diesen schönen Satz, weil irgendwie, wenn sie sich dann streiten, sagt er, weißt du, lebe doch dein eigenes Leben, du bist einfach nur dumm, du kennst mich überhaupt nicht, sagt der alte Mann. Und dann sagt der Junge auch, natürlich bin ich dumm, weil ich denke, dass sie mehr sind, als nur ein betrunkener, gemeiner, alter Mann. Und das ist halt das, was er dann noch erkennt und was er auch offenlegt. Und das ist wirklich schön. Dann komme ich zu meinem zweiten Tipp mit ungleichen Paaren. Ja. Und zwar ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1997 von Robert Zeneckis mit Jodie Foster und Matthew McConaughey. Der heißt Contact. Aha. Jetzt komme ich dann auch drauf, warum ungleiche Paare. Das wird sich gleich aufklären. Ein spannender Science-Fiction-Film. Jodie Foster spielt Ellie. Eine durch den... Es ist sehr dunkel hier. Eine durch den frühen Tod ihrer Eltern gebeutelte Wissenschaftlerin, die sich alles in der Welt rational erklären will. Und sie arbeitet in einem SETI-Projekt. Also dieses Projekt, wo man sozusagen ins All hinein hört, ob da vielleicht außerirdische Signale sind. Und also nach außerirdischer Intelligenz wird gesucht. Und sie lernt während ihrer Arbeit den gläubigen Schriftsteller Pater Parma Joss kennen. Parma Joss heißt der? Ja. Der die Welt natürlich aus einer vollkommen unterschiedlichen Perspektive betrachtet als sie. Deswegen ungleiche Paare. Da kollidiert sozusagen die Wissenschaftlerin und der Mann, der eben auch mit dem Glauben die Dinge sehen will. Ja, und als aus dem All vom fernen Stern Vega ein Signal die Erde erreicht, in dem verschlüsselt die Bauanleitung einer riesigen Maschine, die vielleicht eine Reise ins All ermöglichen kann, gerät beider Leben ziemlich durcheinander. So, mehr erzähle ich davon nicht. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber die Maschine wird dann auch gebaut. Und sie ist dann auch Teil dieses ganzen Prozesses. Er ist spannend. Der Schluss ist für mich dann immer so ein bisschen... Aber er ist schön gespielt. Er regt zum Nachdenken an, weil sehr viele philosophische Fragen auch aufgeworfen werden. Und es ist auch so ein Film, den ich tatsächlich immer wieder gerne sehe. Den hatte ich sogar auf der Liste mit Das geht immer. Hatte ich aber gar nicht genommen. Es gab, lustigerweise gibt es ein paar Clinton-Reden in dem Film. Also von Bill Clinton, vom Präsidenten. Und sie haben das so gemacht, dass sie Originalmaterial von Clinton genommen haben und es so zusammengeschnitten haben, dass sie aus dem Originalmaterial Reden quasi kreieren konnten, die auf das Thema des Filmes passten. Und dann gab es einen großen Prozess, weil das Weiße Haus gegen die Türme prozessiert hat. Vorsicht, sie hätte ich auch vorher gefragt vielleicht. Ja, naja, sie haben dann auch gewonnen. Also sie mussten nicht zahlen, weil sozusagen das dann ein öffentliches Material ist und was sie darüber verfügen durften. Fand ich jedenfalls einen witzigen Fakt zu Contact. Ein schöner, spannender Science-Fiction-Film. Du bist dran. So, mein dritter Tipp. Nein, ich habe mal einen Klassiker genommen, weil ich ein Lied aus Italien, einer italienisch-französischen Produktion, die natürlich auch zu unserer, prinzipiell zu der Filmreihe passt, aus dem Jahr 1988, nämlich Cinema Paradiso. Oh, welcher ist das denn? Das ist der mit dem Paradiso-Cinema. Also, es geht darum... Oh, habe ich mich auch beschirmt. Echt nicht? Tut mir leid. Ach, ich dachte, das wäre so ein Klassiker. Ist er bestimmt. Also es geht um einen Regisseur, in den 50ern, Salvatore di Vita, der die Nachricht erhält von seiner Mutter aus einem kleinen sizianischen Dorf, wo er herkommt, in dem er 30 Jahre nicht gewesen ist und auch seine Mutter nicht gesehen hat, dass Alfredo gestorben ist. Nein! Ja. Oh mein Gott, Alfredo ist tot. Und in dem Moment sieht man dann sozusagen eine Rückblende, wo er dann, ich glaube, der ist wirklich erst 5 oder 6, dann wird Toto genannt, der Salvatore, warum auch immer, keine Ahnung, Salvatore, Toto, 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 der ist die kleine Toto, gespielt von einem wahnsinnig süßen kleinen Jungen. Also wirklich so putzlig, so ein kleiner... ...wird den Füttern und seinen Käfig sauber machen. Jetzt ein kleiner sizian, ach, das ist okay, aber wenn ich hier sage, die haben von den Paralympics ohne Beine. Das ist denn der Folge und das war der letzte. Das ist der letzte Folge, da haben doch immer dieselben Leute, die wissen doch, was ich meine. Der ist wirklich so ein aufgedrehter Italiener, der die ganze Zeit so ein Strahlen in den Augen und im Mundwinkel hat, also das ist ganz toll. Und der in diesem kleinen Ort, also man sieht sozusagen ein bisschen die Geschichte dieser Art von kleinen Orte, das ist dann in den 40ern, Mittvierzigern, kurz vor Kriegsende, weil der wartet auch auf seinen Papa, der aus dem Krieg leider nicht mehr zurückkommt. Und dann ist es eine alleinerziehende Mutter, hat auch eine Schwester. Und deswegen ist irgendwie, denkst du immer, diese Kinder haben eine wahnsinnig harte Kindheit, aber irgendwie auch eine wahnsinnig schöne. Also das ist so, sie sind draußen, sie sind aufgedreht, aber sie kriegen dauernd irgendwie, also alle sind zu rabiat zu den Kindern, einschließlich, du siehst dann, wie es in der Schule ist und so, wo der eine Junge immer mit dem Kopf gegen die Tafel gedrückt wird, weil er irgendwie zu dumm ist und nicht weiß, was 5x5 ist. Also insofern ist das sehr ambivalent. Und so ein bisschen das Kulturzentrum dieses Ortes ist halt das Cinema Paradiso, ein altes Kino, wirklich schön, wo alle reinströmen und der eine sagt, wo willst du sitzen heute, kommt der, ach so, egal, ich komme doch her zum Schlafen. Und am Anfang muss der Filmvorführer, Alfredo, der Filmvorführer, zeigt immer erstmal einen Film dem Pfarrer, der steht dann mit einem Glöckchen drin, wenn eine Szene kommt, die rausgeschnitten werden muss, nämlich immer damit einer irgendwen anfasst oder jemanden küssen will. Das heißt, diese Leute sitzen immer alle im Kino und, na, 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 Schnitt, ach Mann, ich will einmal im Leben einen Kuss sehen im Kino oder sowas. Also sie schimpfen immer alle, aber das ist, und er hebt dann diese rausgeschnittenen Sachen immer auf und schneidet sie entweder hinterher wieder rein, wenn er die Filmvorführer zurückgibt oder auch nicht. Und der kleine Toto, der schimmelt sich immer in das Kino rein, der schimmelt sich hoch zu dem Alfredo und erstens ist das auch immer so eine, auch so eine, komm, du bist furchtbar, Junge, geh weg, hau ab! Aber dann erzählt er ihm was darüber und dann wird er sein Gehilfe und dann entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen den Beinen, die reden über Filme und über wie es gemacht wird und er sagt auch immer wieder, ganz vorsichtig, man muss das mit den Filmrollen tauschen, das ist sehr, sehr schwierig, man muss immer schon aufpassen, man muss da irgendwie drehen und zwar gleichmäßig, dass sie sich nicht verhitzen, weil das wahnsinnig schnell entflammbar ist. Das ist dann auch etwas, was später passiert, nämlich, dass ein Film anfängt zu brennen und dabei das Cinema abbrennt und der Alfredo leider sein Augenlicht verliert und dann wird das von einem reichen Mitbürger, der den Lotto gewonnen hat, wieder aufgebaut, das Kino und dann darf der kleine Toto da Filmvorführer werden und dann kommt Alfredo immer wieder zu ihm, sitzt dann da blind und sie unterhalten sich weiter. Irgendwann, so nach der Hefte des Films, der Toto gibt es dann einen Break und er ist dann quasi jugendlich, geht dann zur Armee, verliebt sich und dann sieht man seine Geschichte noch so weiter. Für mich persönlich, das ist dann trotzdem noch ein sehr schöner Film und es geht halt auch um die Magie des Kinos und um diese ganze Zeit, um Kindheit, um Erwachsenwerden und sowas, aber das Herzstück ist für mich hauptsächlich diese erste Stunde des Films, nämlich diese Beziehung zwischen dem älteren Mann, der übrigens von Philippe Norée, deswegen ist es auch diese französische Anteil, weil eigentlich ist es ein italienischer Film, aber mit leicht französischer Produktion, von Philippe Norée gespielt wird und ist halt auch ein zu Herzen gehender Film. Das gibt es halt auch mit der Musik von Innio Morricone, auch sehr schön, süßer Film, der irgendwie älter wirkt, ehrlich gesagt, der ist 88, ich finde, der wirkt immer wie so ein 60er Jahre Film. Der ist von 88? Der ist aus der Aesthetik her. Hast du den? Den habe ich auch. Den muss ich mir ausleiten. Den nehme ich da rein. Und ja, ein sehr schöner Film. Es ist ganz lustig, es gibt da noch einen Directors Cut, der noch 50 Minuten länger ist, der anscheinend einen komplett anderen Schwerpunkt hat, nämlich nicht auf so diese Beziehung des alten und des jungen Mannes, sondern der dann noch eine ganz große Nebenhandlung mit der Liebe, der unerfüllten Liebe irgendwie aufmacht. Das habe ich aber nicht gesehen, das habe ich bloß gelesen. Wir haben gerade Besuch bekommen hier. Der Benni schleicht sich mal wieder rein, aber das ist ja schon ein alter Stammgast hier. Aber, 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 die Steuerung ist wieder. Die Steuerung ist wieder. Ach, dieser Computer. Der Computer. Wir müssen aber jetzt noch einen Filmtipp und vor Gabi anhören und dann ist... Solange kann ich vorher dann... Der Gabi, den kann ich dann runtergehen. Ich komme zu meinem letzten Filmtipp. Ja. Dieser wunderschönen Kategorie. Und da habe ich einen Film rausgesucht aus dem Jahr 2017. Es ist eine dänisch-schwedisch-finnische Produktion. Dänisch, finnisch, schwedisch. Aber irgendein US-amerikanischer Produzent hängt bestimmt nicht drin. Es spielt tatsächlich ein US-Amerikaner mit, nämlich Shia LaBeouf. Es spielt aber auch noch Stanley Skarsgars mit und ein... Wow! Zwerir Gnönason. Wer ist denn noch? Achte! Und zwar, der Film heißt Borg McEnroe. Dieses Tennis-Film. Es ist ein Sportfilm, der im Jahr 1980 spielt und der einen Blick auf das Verhältnis der zwei Top-Tennis-Profis Björn Borg und John McEnroe wirft, auf deren Rivalität ein Paar, das zwar, was den Siegeswillen angeht, sich sehr ähnlich ist, das aber doch gegensätzlicher nicht sein könnte. Borg, ein extremer Perfektionist, ein sehr gewissenhafter Vollprofi und McEnroe, ein Hitzkopf, ein Newcomer, ein Exzentriker. McEnroe ist der Puff. Genau, Shia LaBeouf. Beide sehr, sehr schön dargestellt, beide toll gespielt. Stellan Skarsgat spielt dann eben den Trainer von Björn Borg und man sieht so ein bisschen den Weg bis zu dem lang ersehnten Wimbledon-Tennis-Finale aus dem Jahr 1980, was eben tatsächlich auch real stattgefunden hat und man sieht ihre Zweifel und auch ihre Annäherung und ihren Kampf ist ein spannendes Biopic, einfach fand ich total sehenswert, weil der Film für mich auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe den durch Zufall halt dann in der Videothek entdeckt, dass der irgendwann im Kino lief oder kein, ich habe nichts davon mitbekommen gehabt. Und dann sah ich den und dachte mir, oh, das klingt aber interessant und das ist wirklich ein schöner Film. John McEnroe war nicht sonderlich zufrieden mit der Darstellung, was ich insofern verstehen kann, weil ich hätte mich auch gewundert, wenn Herr McEnroe mit irgendjemandem zufrieden gewesen wäre, der ihn spielt. Aber gut, Björn Borg wiederum lobte das, auch wenn er ausdrücklich erwähnte, dass der Trainer ihn niemals geschlagen hat, was in dem Film tatsächlich gerade zu sehen ist. Und der ganze Film hat auch so einen schönen 80er Jahre Charme. Das ist auch was, was mir sehr gut gefällt. Und ich finde es eben auch toll gespielt. Macht Spaß. Cool. Halt bloß von dem Lesen. Ich kann jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, einfach, wer Spaß hat an so einem Biopic-Sportfilm. Ich würde auch sagen, der Worte sind genug gewechselt. Ja. Jetzt musst du endlich Filme schauen. Andy, du läufst jetzt läuft der Ding vor die Kamera. Du läufst einfach durchs Bild. So, wir sagen tschüss. Tschüss. Hallo, tschüss. Tschüss. Ja, das war diese Folge. Ich fand, war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Ja, war auch eine schöne Folge. Ja, wir machen eine schöne Folge. Wir mögen unsere Folge. Das können wir jeden Tag angucken. Genau. Tschüss. 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 Wir sind wieder bei Helms Klamm. B.A. ist schon bei Helms Klamm. Ich glaube, er ist bei Helms Klamm. Wir müssen jetzt zu Helms Klamm rein und die Schlacht schlagen. Tschüss. Tschüss. Ging dir was am Lohenstein. Tschüss.